So, wie man hier sieht, ist der ganze Friedeshainer Volkspark Zeiche voll mit Hornkraut, also richtig, richtig voll. Und in der Mitte haben wir diese, also da wo Nico gerade ist, ist eine Fontäne und diese Fontäne funktioniert natürlich nicht, wenn das Hornkraut überall da in den Düsen drin ist, in den Pumpen drin ist. Also müssen wir da ran und mit dieser Nussschale da, die übrigens nicht dicht ist, die Pflanzen rausholen und die Algen halt so ein bisschen rausholen, so dass es wieder alles frei ist. Das Problem ist bloß, jeder der Hornkraut kennt, weiß, dass sich Hornkraut extrem vermehrt. Das heißt, auch wenn wir es hier rausholen, ist es nach kurzer Zeit sowieso wieder da. Also alle paar Wochen ran und das Zeug rausholen.